Noch zum Abschied ein kleines Werk, das vielleicht schon einige von Ihnen kennen, aber das macht so gut wie fast gar nichts. Hoffentlich kann ich's noch. Der Berg. Würden sämtliche Berge der ganzen Welt zusammengetragen und übereinandergestellt und wäre zu Füßen dieses Massivs ein riesiges Meer, ein breites und tiefs, und stürzte dann unter Donnern und Blitzen der Welt in dieses Meer. Das wird spritzen.